Luzi, du musst jetzt ins gelbe Haus. Gelbe Haus? Da hinten? Ja. Das war einmal Markus sein Landeplatz, den haben wir jetzt gerade ersetzt. Das heißt, der Chef da ist halt einfach nicht da. Ach, das Schiff ist hier genau unter uns. Ich hab's gerade noch gesehen, Luzi, dass wir mal vorhin darüber geredet haben. Naja, er ist noch nicht da. Oh, da landest du auf dem Schiff. Ja, rechts von, also unter uns, schrägstrich rechts von uns landen auch welche. Oh, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, Quatsch. Oh, super. Munition fällt mir runter. Ja. Hallo. Ähm, Ronny, brauchst du ein Repetier-Jagdgewehr? Ja. Ja, ich hab'n bis jetzt nur ne Pumpgewehr. Soll ich's liegen lassen oder mitnehmen? Ja, mal mit, je nachdem wo du schon hingehst. Ich komm' zu euch rüber. Ich wollte auf das blöde Boot da unten, da waren aber Leute, also bin ich lieber abgehauen, bevor es einen Einzelnen erwischt. Und jetzt bin ich erst mal auf dem Weg zu meinem Torbenhäuschen. Unter uns Boot. Ja, ich hab's gehört. Habe ich noch keine, Schatz. Oh, oh. Ja. Ich nehm' die Granaten mit. Okay, warte. Die hab' ich nämlich schon. Ja. Ja. Bei uns, Schasi? Ja. Du mal Dixer. Ich hab' hier einfach so zu süß. Ich hab' hier einen Lama. Ist wie der hinten rum geküpft. Nein! Hahaha, ich hab' nicht noch gekriegt, so dumme Sau. Fass, ich bin im Arsch. Ja, mit dem letzten Schuss! Ist klar. Ach du, mir... Totze. Verwirrung. Ich frag mal, das kann doch nicht sein. Also bitte. Wo ist mein Schuss? Warum bist du jetzt eigentlich da drüben, nicht bei dem gelben Haus? Hä, weil ich das gelbe Haus schon leer gemacht hab und dann wart ihr plötzlich woanders und dann wollte ich euch hinterher. Wir sind dort gelandet, wo wir gesagt haben, dass wir landen. Ja, und dann war aber keiner mehr bei seinem trafen Häuschen. Doch. Warte, noch egal. Wo ist das kein Dalai Lama? Das ist in die Luft ge... explodiert. Also denen hab ich gesagt, ich komm zu euch. Und dann hat aber jemand gesagt, dass ich das nicht soll. Ja, wenn wir tot sind, dann hab ich auch nicht mal rüberkommen. Nein, das hab ich am Anfang gesagt, als er angefangen hat zu schießen. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Piepers, 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 die sind piepers. Vor allem hat sie das Weiße ausgerüstet und dann hat sie Blaues einstecken. Oh, nein. Ay, nein. '. Ohän. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber nur fürs nächste Mal so ein kleiner Tipp, dass du so ein Gewehr, wenn du da ein Zielfernrohr drauf drückst, dann zielt das so, da kann man an der ganzen Ecke rüberschießen. Ja, warum? Ja, weil wir oben auf der Insel rumgerannt sind, deswegen. Mikro ist wieder an, Schatz, aufpassen. Ich habe so lange gewartet, dass der Sturm direkt hinter mir ist. Jetzt ist er... Ach, fahr halt zurück, du Kackauto. Was ist denn mit Wischi? Das hängt fest. Nee. Das hängt nicht mehr fest. Ja, bei manchem Blick, Winky, geht es rückwärtsfahren tatsächlich nicht. Stoppax! Was machst du denn? Mir irgendwo ein Versteck suchen. Da hättest du doch mit Softpax noch mitnehmen können. Ja. Die halbe Minute hättest du auch noch gehabt. Halbe Minute, die lagen zwei Meter neben dem Auto. Na jetzt nicht mehr. Ich war zu spät, jetzt wollte ich sie mir. Ey, guck mal, die schießen mal meist vorbei. Und uns, die sind auf der anderen Seite von der Map, schießen einmal und man ist tot. Ja, ich check's auch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin, wieso wir da ständig gekillt werden. Dann rennt ihr nicht mal hinterher, ne? Ich glaube auch irgendwie. Doch, da kommt was, oder? Die Frage ist, ob du in dem kleinen Räumchen rechts nicht sicherer bist. Da geht's ja wieder raus. Da geht's raus. Da geht's doch nicht raus. Ey, Captain. Das Eis ist offen. Das Eis läuft aus. Oder? Das Eis läuft aus. Ja, ich hab ein Wassereis. Und da muss ich aber, bei dem warte ich immer, bis das ein bisschen angetaut ist, was uns ist das so. Ja, und stehen noch Autos hoch. Das ist immer ein Wasser mit Eis. Und ich habe ein Wasser mit Eis, das stimmt. Aber mein Eis ist nicht mehr da. Hey, mein Eis ist weg. Ja, bitte. Hast du noch ein Eis? Nein. Ich mag keinen Saft von dir. Nichts. Du machst nur noch den Saft von dir. Ja. Wie viel zur Hölle auf Wärtsstation gezippt? Haben die dich jetzt echt übersehen? Ja. Also ich glaube, die haben einfach gedacht, dass sie mich umgebracht haben. Was hast denn du bitte für'n Glück? Ja, okay. Es ist Fahrt üben im Allgemeinen noch einmal, ne? Im Allgemeinen. Ich, 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 ober und ober aufpassen, ganz ehrlich, das wird mir das Auto nicht mehr geben. Wie bist denn du jetzt unter die letzten 11 gekommen, sag mal? Kannst du nicht. Ja, wir sind schon mal auf jeden Fall platzrieben. Da muss man das Auto stehen und setzt sich auf den Beifahrer-Trip. Dann läuft nämlich der Motor nicht. Hörst du das? Hm. Wenn du Glück hast, wirst du das einfach ignoriert. Ich glaube, ich würde dann so ganz langsam runterfahren. Ne, wenn der Motor läuft, dann weiß man, es sitzt einer drin, ne? Ja, nein, wenn dann der Kleinkreiser wird. Puh, der Kreis kleiner wird. Tövon. Puh, das da hinten ist nicht mehr im Kreis noch. Uff, da. Tatsächlich. Das ist jetzt weit weg. Das ist das Einzige, wo noch ein Busch ist. Ist okay, dann steigt einer. Fortnite featuring Laila, der Busch-Simulator. Ja. Also ganz ehrlich, ich spiele hier, glaube ich, mehr Halt & Sieg als Fortnite. Aber ich glaube, das wäre das perfekte Spiel für mich. Ja, natürlich, da hat sich ein Team so ein Scheißding geschnappt, ist ja klar. Das bringt doch bei so einem kleinen Geister nicht mehr viel, wenn der jetzt nochmal kleiner geworden ist. Dann kannst du doch da wunderbar draufschotzen, weil Nebel fliegen können die da nicht mehr. Die haben sich durch einen Riss teleportiert. Ganz ehrlich, ich würde sogar so gucken. Jetzt hast du nur noch zwei Gegner. Vielleicht auch gleich nur noch null, wenn die mit Meeli jetzt abstürzen. Das Schöne ist... Ah. Ja, doch. Ja, das ist halt jetzt noch ein Team. Aber Platz zwei sind wir auf jeden Fall. Bleib drin, bleib drin. Ja, bleib bloß drin. Ist okay, ist okay, ist okay. Weil vielleicht... geht der Kreis so gut für dich aus, dass du dann in diesen End-Mini-Kreis ganz fix rennen kannst und die im Nebel sterben. Oder sie machen den Hubschrauber kaputt. Ach ne, haben sich wieder hochgepottet. Mhm. Aber den haben sie jetzt bloß... Weil sie nicht fliegen können oder was? Ach ne, da ist Sprit und so. Mhm. Ich suche mich halt die ganze Zeit. Mhm, da ist nur einer drin. Ich glaube da ist nur einer drin. Und der andere wird rumlaufen. Weil auf der Seite sieht man keinen, oder? Mhm. Oh, halli, hallo. Ich hab noch eine mental-hörige Stücke bekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, auf. Du hättest einfach einsteigen müssen. Ja, ich bin euer Ding. Nicht darin, da. Falsche Richtung, Lusi, da ist ein Stein. Und pff. Laut nach dabei. Was man euch das immer sagen muss. Da ist nur einer drin im Heli, pass auf, der sägt dich gleich wieder runter. Ja. Da rechts ist er. Da rechts ist er. Den hast du gleich, Lusi. Ja. Jetzt laut nach, laut nach. Der rennt nicht weg, der rennt nicht weg. Laut nach. Laut nach. Ja. Ja. Und behalte das Scheißteil im Auge. Ja. Alter, jetzt machst du das am Ende noch. Jetzt lad einen. Wie schaffst du. Und man schießt mit einer kleinen, äh, drauf. Genau. Der ist raus. Der ist raus jetzt und nicht mehr auf das Ding. Genau, 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 genau. Sehr gut. Ich hoffe, das gab's doch. Ne, nicht mehr. Ne, das rutscht es nicht. Der ist wieder im Heli drin. Der ist wieder im Heli. Schießt raus, mach das Ding kaputt. Du hast einen LMD. Hol den da runter. Jetzt ist er da runter, er ist runter. Wenn er nicht einsteigt, geh auf die Pumpka, ne? Jetzt ist er wo wieder drin. Schießt das Teil jetzt kaputt. Der will dich wegschneiden. Gut. Ich glaub, der geht rum jetzt rum. Ja. Ja. Da ist ein Busch, da ist ein Busch. Ja. Jetzt. Jetzt kommt er. Ne, wenn er eben nicht ein Ziel hat, nicht schießen. Bleib mal. Wo, wo, wo. Bleib da drin, ja. Bleib da drin, ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Gleich wieder nachladen. Allein, dass die mit der Sniper da drauf juckt. Ja, die wird nichts anderes von. Geschafft, Kerst. Jetzt dabei. Ja, jetzt. Los. Wunderschön, Lucy. Wunderschön. Geiler Scheiß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020